Gut, einer tut. Wir laden wir nochmal nach. Nein, Kay! Ich meine... Verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. Eine beliebige Taste. Blablabla. Ich überspringe mal kurz. Juice. Es war nicht... Nein, ich muss sie. Ah, nee. Ah, oh. Ich muss sie schießen lernen. Wir lernen irgendwie bei Delta 6 schießen. Ach, da sieht man ja wirklich die Männchen. Wie cool. Habt ihr die Männchen auch gesehen? Aber in Deckung. Ich gehe auch in Deckung. Dann wenigstens haben wir einen erschossen. Dann muss ich nur ein bisschen... Blablabla. Ich muss nicht nur ein bisschen aufpassen, dass ich... Ähm... Beide töte. Nicht mal. Weil ich... Nur das? Jetzt schießen beide. Wie fies ist das denn? Ich schieße nochmal nach. Warum treffe ich den eigentlich nicht? Ah, ich ziele auf den. Ich nudel, ich nudel. Deswegen habe ich die ganze Zeit nicht getroffen. So. Wie war das nochmal? Darr. Ah, mit weh. Okay. Okay. Ich weiß, das ist jetzt komisch und blöd und blabla und... Hast du nicht gesehen und blubblub. Ich habe ja sonst wieder kapiert, wie man kämpft. Schön, ne? Ich mach das lieber so, dann hört man, dass das hier nicht ist. Und jetzt achtet mal auf das Fenster da. Falls ihr das gerade eben noch nicht gesehen habt, dann guckt ihr jetzt auf das Fenster. Ich bin nicht so gut im Schießen. Scheiße. Da, 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 seht ihr da, da. Gut. Wenn du siehst. Okay. Sie hat... Ich... Ich liebe... Ich liebe Entdeckung. Ich... Ich... Jetzt auch Entdeckung. Okay. Ich bin besser. Was hast du da? Tom. Was willst du? Wenn du dahin gehst, muss ich mit... Wir wollen dir nicht... Ich bin... Nun... Natürlich nicht, weil... Es war jedenfalls nicht. Nur alleine. Yeah. Doch, mal praktisch. Ich wurde getroffen, weil ich dumm bin. Ich würde gerne eine Lebensanzeige von den... Boah, das ist so unfair. Ja, schießt doch beide auf mich. So, jetzt lade ich in Ruhe nach. Ich hätte gerne einen Heiltrank. Dann könnte ich nochmal den... Schuss aufladen. Da. Oh, Mann. Das ist fies. Weil wir beide mal schießen und ich den unteren irgendwie töten möchte. Ey, das hat... Blub, 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 es tut mir leid. Ich... Es war nicht... Tut... Nein. Es... Es... Du. Gut. Wenn Sie se... Was? Okay, tut. Ich vers... Das ist... Okay. Ich vers... Ich vers... K. Lieber. Warum können den Himmelred schießen? K. Wann könnte ich den Himmelred schießen? Na. Hohl mich. Was hast du da eben gesehen? Du willst. Wotar. Wenn du willst. Ich bin. Will. Nur das. Äh, geht in Deckung. Boah, Junge. Wenn ich das jetzt schon wieder nicht hinkriege, dann werde ich echt kürre. Se-duh. Der hat es nicht. Der hat es nicht. Aber ich hatte es doch gesehen. Der macht keine Probleme. Was machst du immer noch hier? Das Ding zieht gleich in die Luft! Ich muss dieses Päckchen haben. Der macht keine Prüben. Er hat es nicht, aber ich hatte es doch gesehen. Ja, und jetzt? Okay. Nimm das Datenpaket. Du bist so ein Trottel! Hier ist es auch nicht. Ja, da. Da komm ich von hier aus nicht ran. Okay, äh, tut nicht. Ich, ähm... Oha? Lass doch mal hier hin. Lass doch mal hier rein. Könnt ihr auch hier hinlaufen? Hm? Wann so händchen da rein? Doch, du kommst da ran! Boah! Ganz ehrlich, der regt mich manchmal so auf. Da würde ich nicht runterkicken. Gibt's das nicht? Was ist das für eine Maschine? Das muss ein Teil eines ausgeklügelten Apparats sein. Ich bin ein weiteres Bauteil dieses Riesen. Ich bin ein weiteres Bauteil dieses Riesen. Ja, ich muss irgendwie hier was machen. So lange das Fladerband läuft, schaffe ich den Spuren. Okay. Äh, das war richtig gedacht. Da, okay. Dann geh mal die Leiter hoch und, äh, verlob dein Glück. Gut. Mach das aus. Scheiß drauf. Das Scheißding hat mir eine ge... Damit krieg ich die Ketten... ...zu Gefährle. Damit krieg ich... ...zu Gefährle. Du... Ach, schau. Könnte nützlich werden. Ja. Das mach ich lieber wieder. Ja. Ich bin sicher, die gehören genau... Kannst du... Wieso, ouch? Wo krieg ich denn jetzt Gummihandschuhe her? Oh, oh, Leitung rein. Leiter. Leiter, Leiter, Leiter. Sockel, Sockel, Sockel. Äh, Öffnung. Damit krieg ich die... Welche Kette? Da hast du doch gar keine Kette. Würdest du jetzt die Leiter benutzen? Also, er kriegt die Kette nicht mehr ab. Die Kette auch immer... Tritt mal drauf. Du bist so kompliziert, Junge. Klettern aber hoch. Haben wir jetzt irgendwas hier? Ja, klar. Die ist wohl immer einer. Maschine, Maschine, Maschine. Kette, Tür. Leiter, Maschine. Knopf, kaputte Leiter. Tür, 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 Maschine. Schalter, Maschine, Maschine, Maschine. Leiter. Ist da wirklich nur Müll drin? Der Rest ist nur Müll. Kein Grund dafür. Doch irgendwie schon, weil du... Weil wieder nichts geschissen kriegst. Wenn der Treibstoff... Zieh es doch einfach raus. Ich werde nicht mehr... Und ich möchte diese Scheiß-Kette haben. Die Maschine ist offline. So offline ist sie ja auch wieder nicht, oder? Leiter, Leiter. So, Juri, geh doch erstmal schon mal raus. Ich komme dann nach. In... Beim Union. Warte, gab es da nicht einen Kurzschluss, oder so? Hinweis. Nachdem der Hauptnotstrom-Aktiv-Notstrom-Versorgung läuft, Ich muss diesen Sockel kaputt machen. Ich muss diesen... Wenn wir das da ausmachen und dann den Stecker ziehen, dann geht es da nicht. Wenn wir das da ausmachen und dann den Stecker ziehen, dann geht es da nicht. Ich bin sicher. Damit kriege ich... Welche Kack-Kette? Da ist keine Kette, Junge. Das bringt hier nichts. Du bringst hier nichts. Angucken. Ich will den Stecker nicht mehr rausziehen. Du sollst es ja auch mal an... Ich will nichts kaputt. Du sollst es kaputt. Ich will den Stecker. Da ist eine kleine Öffnung. Die müssen mit einem anderen Teil der Anlage verboten. Die müssen... Kann mir jemand mal sagen, wozu dieser Kack-Kerl hier rumhängt? Der macht nichts. Der kann nichts. Alles, was ich mache, ist falsch. Darauf schießen wir ja auch nicht. Kannst du wieder von unten drauf schießen, weil es nicht mehr so gefährlich ist. So gefährlich. Damit kriegst du... Du bist so gefährlich. Wie soll das denn funktionieren? Hallo! Du war Idiot. Ich hasse dich. Delta Six kann... Delta Six kann viel mehr als du. Damit kriege ich es nicht. Sie kann hier nichts ab... Das wäre so schön, wenn du es tun würdest. Ich bin ziemlich sieg. Da kann ich... Keine Ahnung. Manchmal wünschte ich mir Hinweise. Auf dem Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Du willst nicht hoch. Du willst raus. Du willst keine Handschuhe anziehen, weil du keine Handschuhe hast. Die gehen gut. Ich laufe hier nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. ja das ist ein bisschen und es funktioniert glaubt es nicht Ich glaube es nicht. Nimm das Datenpaket und verpiss dich da. Ich rieche mich auf und dann ist die einfachste Lösung die... Nein, die einfachste Lösung war nicht die Lösung. Die blödsten Lösung war die Lösung. Komm, Laiuri. Vielleicht gibt es dann ja mal wieder Sonne. Ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten.